Unsere Produkte finden ihren Einsatz in vielen Bereichen. Zum Beispiel für die täglichen Arbeiten in ihrer Stadt, für eilige Besorgungsfahrten und für die Freude am Leben stehen Ihnen unsere Fahrzeuge jederzeit hilfreich zur Seite. Jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, durch ein Fahrzeug von Brunomobil unsere Freizeiten durchzuführen zu können und natürlich auch die Möglichkeit haben jetzt die behinderten Menschen, dass sie Ausflüge machen können zum Beispiel. Das heißt, es unterstützt da unsere Wertvorstellung, selbstbestimmtes Leben von behinderten Menschen und dafür wollen wir uns recht herzlich bei der Firma Brunomobil bedanken. Überzeugen auch Sie sich von unseren Leistungen. Das heißt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!